Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. Februar 2023. Wir schreiben Valentinstag. Liebe Männer, liebe Damen, da draussen habt Sorge zueinander. Ihr hört die Geek Talk Daily 1315 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Apple, neue Macs, Superbowl, DuckDuckGo, Regionalsperren, OneNote und Xiaomi. Dann starten wir gleich mal mit Apple und zwar mit UK. Sprich in Grossbritannien hat sich Apple mit der UK Electronic Skills Foundation, kurz gesagt der UKESF zusammengetan und ein Programm namens Girl into Electronics angekündigt. Damit soll zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft ein im Juni, Juli stattfindendes Event knapp 400 Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren unterstützen, in dem Bereich sich ein bisschen mehr einzuschauen, ein bisschen mehr umzuschauen, ein bisschen mehr in die Richtung zu bewegen. Das Ganze wäre, finde ich, toll, würde Apple das auch und auch andere Companies weltweit ausrollen, denn es braucht mehr weibliche Menschen im eben genannten Elektronikbereich, vor allem auch beim Coden etc. Da haben wir immer wieder mal Nachteile, die wir ausmachen dürfen, weil alles von oder vieles von Männern programmiert wird und oder für Männer dann schlussendlich auch. Auch hat Apple verkünden lassen, dass die Zeit zwischen neuen Mac-Modellen nicht mehr so gross sein werden in Zukunft. Aktuell haben wir zum Beispiel beim Mac Mini 700 Tage gebraucht, um das neue Modell zu bekommen, was gerade jetzt herausgefallen ist vor kurzem. Beim Mac Pro waren sogar 1051 Tage dazwischen, bis ein Update gekommen ist. Durch die Einführung der M-Plattform, also M1-Chip, M2-Chip etc., möchte Apple das Ganze forcieren und somit ähnlich wie beim iPhone regelmässig, das heisst wahrscheinlich im Jahresrhythmus, neue Produkte rausschmeissen. Heisst das jetzt, man muss sich jedes Jahr ein neues Gerät kaufen? Nein, aber es heisst, wenn du dir eines kaufen möchtest, kannst du das vom aktuellen Jahr kaufen oder vielleicht das vom Vorgängerjahr und hast ein super Gerät und musst nicht denken, Mist, jetzt sind 699 Tagen, kommt jetzt nach 700 Tagen ein neues Gerät oder erst in einem Monat, aber ich brauche jetzt eins. Es soll einfach darum gehen, dass du regelmässiger neue oder immer dann, wenn du es brauchst, ein neues Gerät kaufen kannst. Na dann, bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze dann schlussendlich funktionieren wird. Am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, in der Nacht auf dem Montag, hat der Super Bowl stattgefunden. Wie immer gibt es da eine grosse Halftime-Show und dieses Jahr war die gesponsert von Apple, die ja 10 Jahre Partner vom Super Bowl sind und da ist dieses Jahr Rihanna aufgetreten. Wer sich das Ganze anschauen möchte, wir haben euch einen Link in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken bereit, wo ihr euch das Ganze direkt anschauen könnt. Neuigkeiten gibt es vom DuckDuckGo-Browser, dieses Mal den fürs iPhone. Der blendet nämlich Cookie-Banner aus. Wer sich über diese nervigen Dinger nervt, genau, nervigen, ja, wer sich über die Dinger nervt, der sollte sich den Browser mal anschauen, die sind da einfach nicht mehr ersichtlich. Nicht mehr ersichtlich oder funktionstüchtig sollen zukünftig und oder jetzt schon Geräte von OnePlus, Oppo und Realme sein. Zumindest wenn sie aus China kommen. Die Marken unter dem grossen Brand BBK Electronics, eben Oppo, OnePlus und Realme, haben nämlich Regionalsperren, die mit ihnen auferlegt worden sind. Wer nicht dabei ist, ist die vierte Marke von BBK, nämlich Vivo. Die haben die Praxis noch nicht übernommen, aber alle anderen sperren ihre Geräte, so dass, wenn du ein solches Gerät hast, es im Ausland nicht nutzen kannst. Genau oder explizit genannt wird Indien, Italien, Russland und Brasilien. Das sind aber meistens auch die Länder, über die Geräte schon importiert werden. Wer nämlich die Geräte ein bisschen verfolgt oder die Hersteller, der weiss, dass die Geräte in China immer schon monateweise, teilweise ein halbes Jahr vor, angekündigt werden und in den Verkauf gelangen. Und da gab es immer schon einen Graumarkt, der sich dann die Geräte schon früher geholt hat. Das war noch nie eine geschickte Idee, denn es gibt Gründe, weshalb es teilweise noch Tests braucht, bis ein Gerät in die Schweiz, nach Deutschland oder wo auch immer kommt und man eben nicht graue Produkte kaufen sollte, denn die müssen getestet werden. Funktionieren die mit hiesigen Standards, mit hiesigen 5G-Frequenzen, 4G-Frequenzen, was auch immer und tun sie auch sonst ihren Dienst in unseren Netzwerken. Das Smartphone funktioniert, solange du eine chinesische SIM-Karte drin hast. Sobald du die aber ersetzt mit einer aus der Schweiz zum Beispiel, kann sein, dass gewisse Dinge oder ganz vieles nicht mehr funktionieren. Somit schiebt unter anderem die Hersteller natürlich auch ein Riegel vor, vor Grauimporte, aber bringt auch weniger Enttäuschung mit, falls man dann auch im Nachhinein Grauimport irgendwo zu kaufen bekommt, wenn dann die Geräte vor nicht weggegangen sind und sie günstiger sind als die offiziellen Geräte. Neu am iPad angekommen ist bei Microsoft OneNote die Handschrifterkennung, das sogenannte Scribble, also das Kretzeln auf Deutsch gesagt, was iOS schon seit Jahren unterstützt, kommt jetzt endlich auch in die OneNote-App. Wer also OneNote nutzt und bis jetzt den Stift nicht genutzt hat dafür, den Apple Pencil, der kann das endlich tun. Freut euch darüber und oder nutzt andere Software. Es ist praktisch, dieses Scribblen. Erst gerade in den letzten Tagen hat man gehört, dass Apple das Projekt mit den Hardware-Abos irgendwie auf längere Zeit wegverschoben hat. Jetzt kommen ganz neue Gerüchte von Bloomberg, dass es wahrscheinlich schon, und jetzt Achtung, Gerüchte dieses Frühjahr soweit sein wird. Nicht wie damals angedacht mit dem iPhone 13 und dann später auch mit dem iPhone 14 Start, hiess es jetzt lange für den iPhone 15 Start, eben bevor die anderen Gerüchte gekommen sind. Wir werden sehen, können wir vielleicht ab diesem Sommer oder Frühling schon unsere iPhones mieten, direkt von Apple, zu einem speziellen Preis, aber dann mit Update-Garantie. Wer weiss, wer weiss, wir werden es beobachten. Auch beobachten können wir Xiaomi Auto. Xiaomi Auto ist eine 100% Tochterfirma von Xiaomi. Und die basteln, was könnte es anders sein, als im Namen steht, nämlich Autos, Elektroautos. Man hat relativ spät gestartet, das wissen sie selber und haben sie auch so verkündet. Man möchte aber dennoch in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu den Top 5 Autoherstellern weltweit aufsteigen. Das heisst, irgendwer, der da oben so rumthrunt, möchten sie runterschubsen. Ich bin mal ganz gespannt, wen sie runterschubsen werden und wie das Ganze ankommen wird. Man möchte nicht nur Geld mit der Hardware, also mit dem Autoverkauf, verdienen. Vor allem möchte man kräftig Geld verdienen, indem man im Nachhinein den Benutzern einen Service anbietet, der kostenpflichtig ist, wie zum Beispiel Scheibenwischer für 50 Rappen im Tag. Oder, keine Ahnung, Sitzheizung im Winter und solche Geschichten. Wir werden sehen, wie das bei Xiaomi und anderen Herstellern laufen wird. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Fahrt nicht zu viel herum, bleibt gesund und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.